Hallo, mein Name ist Niklas Schmid und ich bin Personal Trainer und wir shooten heute im GetFitClub 10 Lifehacks, die ihr zu Hause oder im Fitnessstudio anwenden könnt. Diese Lifehacks sind dazu da, um das Training effizienter und produktiver zu gestalten und damit ihr euch nicht ablenken lasst im Fitnessstudio. Nicht vergessen, es gibt Homeworkout-Trainingsvideos mit mir und zwar mit Resistance Bands. Einmal das Upper Body und das Lower Body. Workout unten in der Beschreibung. Ich freue mich mit euch die 10 Lifehacks durchzugehen und wir starten als erstes mit dem ersten. Bevor ich mit dem ersten Lifehack starte, bitte auf jeden Fall Gefällt mir drücken und die Glocke unten aktivieren, damit ihr keine YouTube-Videos mehr von uns verpasst. Erster Lifehack, motivierende Musik. Beim Training ist Musik sehr wichtig. Es kann die Leistung steigern, es kann das Ablenken durch andere Personen verhindern. Kopfhörer ins Ohr, gute Musik rein, egal welches Genre, von Hip-Hop bis Hard Rock bis zu EDM, jedes Genre ist auf jeden Fall gut beim Training und besser als keine Musik. Musik leistungssteigernd und nicht durch andere Menschen ablenken lassen mit Musik in den Ohren. Lifehack Nummer 2. Wenn ihr beim Training Musik hört, dann wahrscheinlich vom Handy. Und was ist die Gefahr dabei? Ständiges Schreiben mit Freunden oder sich durch Anrufe ablenken lassen. Das bedeutet für euch, Flugmodus rein und keine SMS, kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook beim Training, das euch ablenken kann. Nichts Schlimmeres als wie ständiges Schreiben beim Training und auf Instagram irgendwelche Storys und Posts anschauen und schon seid ihr aus dem Training. Flugmodus rein und auf jeden Fall nicht ablenken lassen beim Training. Lifehack Nummer 3 handelt von der besten Trainingszeit des Tages. Das ist zwischen 11 und 15 Uhr. Wieso? Wenn du in der Früh zum Training gehst und noch nicht ganz wach bist, dauert es wahrscheinlich etwas, um richtig gut ins Training starten zu können. Wenn du spät trainierst, wird die letzte Mahlzeit auch sehr spät stattfinden und dein Körper braucht eine gewisse Zeit, um runterzufahren, was deinen Schlaf schlecht beeinflussen kann. Wenn es deinen Job erlaubt, wenn es dein Umfeld erlaubt, dann trainiere zwischen 11 und 15 Uhr, denn dort ist die effizienteste und die produktivste Zeit, um zu trainieren. Und was noch ganz cool ist, zwischen 11 und 15 Uhr sind wahrscheinlich die wenigsten Leute in deinem Gym. Lifehack Nummer 4. Wenn du die Möglichkeit hast, trainiere mit deinem Gymball. Wieso? Ihr könnt euch motivieren, ihr könnt besser an die Grenzen gehen und ihr könnt beim Training nochmal mehr Gas geben. Achtung! Gefahr, zu viel quatschen. Heißt, aufs Training konzentrieren und nicht zu viel reden, wenn du mit deinem Gymbody ins Gym gehst. Lifehack Nummer 5 ist die Proteinzufuhr nach dem Training. Beim Training setzt du den Reiz und nach dem Training ist dein Anabolesfenster bzw. deine Proteinsystese sehr hoch. Bedeutet, das Anabolefenster, in dem du dich befindest und in dem du wirklich effizient Muskeln aufbauen kannst, dauert nach dem Training ca. 2-3 Stunden. Deswegen empfehle ich dir nach dem Training Minimum 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu konsumieren. Ich würde mal so als Richtwert 25 bis 30 bis 40 Gramm Protein empfehlen, um wirklich effizient Muskeln aufbauen zu können nach dem Training und vor allem auch den Muskelabbau zu verhindern. Isst ein Protein nach dem Training, um wirklich den Muskelwachstum nicht ausfallen zu lassen. Lifehack Nummer 6. Koffein. Koffein stand bis 2002 auf der Dopingliste und das nicht umsonst, denn es kann bis zu 25% Leistungssteigerung sein. Das Ganze kann man in Form von Studien und Research verfolgen. Heißt, trink vor deinem Training ein oder zwei Espresso Shots, um deine Leistung zu maximieren und beim Training noch mehr rauszuholen. Lifehack Nummer 7 betrifft das Cardiotraining. Vor dem Krafttraining empfehle ich euch, keine zu langen Cardio einer Händen zu machen, damit ihr eure Leistung für das Krafttraining nicht verschlechtert. Nach dem Krafttraining empfehle ich euch, etwas auszuradeln, um das Lactat, das ihr beim Krafttraining aufgebaut habt, wieder abzubauen. Ihr könnt auch mit dem Cardio nach dem Training zusätzlich Kalorien verbrennen und, ganz wichtig, eine aktive Regeneration zum Krafttraining starten. Cardiotraining vor dem Krafttraining nicht zu lange, Cardiotraining nach dem Krafttraining ein enormer Vorteil. Beim Lifehack Nummer 8 handelt es sich um deine Satzpausen. Nütze deine Satzpausen effizient. Wie? Am besten mit ein paar Steps, um zusätzliche Kalorien zu verbrennen oder mit zum Beispiel Bauchübungen, um deinen Bauchmuskel zu stehlen. Auf keinen Fall in den Satzpausen hinsetzen und dadurch deinen Körper kalt werden lassen. Nütze die Pausenzeiten gut, nütze jede Sekunde vom Training gut und schau, dass du das Maximum rausholst, indem du Steps machst oder andere Muskeln, wie zum Beispiel den Bauch, in den Satzpausen trainierst. Lifehack Nummer 9. Tracke deine Pausenzeiten. So kannst du sicherstellen, dass deine Pausenzeit nicht zu lange geht oder auch nicht zu kurz ausfällt. Am besten trackst du das Ganze so, dass du bei großen Muskelgruppen wie Brust, Rücken oder Beine zwei Minuten Pausenzeit lässt und bei kleinen Muskelgruppen wie Schultern, Bauch oder Arme eine Minute Pausenzeit einbuchst. Am besten trackst du das mit der Gymuhr, die irgendwo an der Wand hängt oder mit deinem Handy. Schau, dass du die Pausenzeiten effizient nützt, effizient einhältst und nicht kalt wirst, indem du zu lange Pausenzeiten machst. Und der mit Abstand beste Lifehack, den ich euch mitgeben kann, ist die Nummer 10 und zwar die, richtig hart zu trainieren. Wenn du ins Gym kommst, dann nützt die Zeit maximal und effizient, indem du an deine Grenzen gehst, indem du wirklich alles gibst und alles raushaust, was du hast. Lifehack Nummer 10, train fucking hard.